Hallöchen! Ich sitze heute hier, ein bisschen andere Ecke meiner Wohnung. Ich hoffe, es sieht nicht so schlimm aus im Hintergrund. Mal gucken. Genau, ich sitze hier an einer meiner Lieblingsstellen, denn ich gucke gerade aus meinem wundervollen Fenster hinaus und kann jetzt hier mit euch reden. Mir ist diese Perspektive vorher noch nicht so richtig aufgefallen. Aber heute gibt's die mal. Schreibt mir auch da sehr gerne, wenn ihr das mögt oder wenn ihr das ganz komisch findet, weil euch die Bettdecke zu sehr irritiert. Oder irgendwas im Hintergrund, was euch stört. Ich hoffe eher nicht, dass irgendwas zu sehen ist, was störend sein könnte. Heute habe ich für euch ein Tag mitgebracht und zwar meine Beziehung zu Büchern. Ich wurde zu diesem Tag bereits vor einer ganzen Weile getaggt, nämlich schon Mitte Mai. Und jetzt schaffe ich es erst, diesen Tag zu drehen. Vergibt mir, ich gelobe Besserung. Oder so. Ich wurde zu diesem Tag von Anja und Maike von den Bookfriendsforever getaggt und ich will mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und um Entschuldigung bitten. Ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt und dann verbummelt. Das heißt, heute gibt's den und ja, ich erzähl euch ein bisschen was zu meiner Beziehung zu Büchern. Und ich dachte mir, weil das Ganze so ein bisschen angelegt ist wie so ein Kennenlernen, also jemanden Neuen kennenlernen, also durchaus einen sehr wichtigen Partner im Leben. Ein bisschen angelehnt an eine romantische Beziehung, die es durchaus auch ist mit Büchern. Habe ich mir gedacht, ich werfe mich ein bisschen in Schale und habe mein liebstes rotes Kleid an. Es ist ein bisschen krass rot, aber rot ist meine Lieblingsfarbe. Kommt damit klau oder nicht. Ich starte und ich freue mich riesig darauf, euch von den Büchern zu erzählen. Es sind ein paar Bücher dabei, die sind schon länger bei mir. Ein paar, die sind vor kurzem erst aufgetaucht auf diesem Kanal und es sind aber auch ein paar dabei. Die haben es einfach verdient, mal wieder erwähnt zu werden, finde ich zumindest. Deswegen geht's los. Mit der ersten von 15 Fragen. Blickkontakt. Welches Cover hat dich sofort fasziniert? Hier steht ein riesengroßer Stapel vor mir. Es ist Lieblingsmomente von Adriana Popescu. Damit hat die Liebe zu ihr, zu ihren Büchern, zu ihrem Schreibstil angefangen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hoffe, es wird nie enden. Wir machen uns hier mit Leila und Tristan auf die Reise von Lieblingsmoment zu Lieblingsmoment. Wir erfahren ganz, ganz viel aus deren beiden Leben. Und die Geschichte ist so schön und nimmt uns mit durch Stuttgart. Und Adriana zeigt uns hier ihre liebsten Ecken durch die Augen von Leila und Tristan. Und ich habe das so gern gelesen. Und ich möchte es, seit ich es jetzt heute wieder in die Hand genommen habe, ganz dringend mal wiederlesen. Denn, ja, es hat mich doch wahnsinnig fasziniert. Und deswegen möchte ich es wiederlesen. Warum habe ich das jetzt genommen bei der ersten Frage? Weil ich das Cover, es ist einerseits schlicht, was ich ganz gerne habe, andererseits hat es eben diese unterschiedlichen Bilder. Und ich mag Schnappschüsse unglaublich gern. Ich habe ein, ja, irgendwie schon auch ein Herz noch für Fotografie übrig, für Ästhetik. Wie gesagt, gerade diese Schnappschüsse mag ich unfassbar gerne. Denn auch die sind meine Liebsten. Wenn ich fotografiere, dann mag ich eigentlich am liebsten die Fotos, die sehr ungewollt, ungestellt, ungeplant sind. Und die machen manchmal auch Lieblingsmomente aus. Oder halten die besonders gut fest. Natürlich gibt es auch ganz viele Lieblingsmomente, von denen gibt es kein Foto und wird es nie eins geben. Und auch kein Schnappschuss. Aber das ist nicht schlimm, denn man hat sie wie ein Schnappschuss im Herzen und kann das behalten. Und ich, ja, ich mag das unfassbar gern, dieses Cover. Wie gesagt, so simpel es vielleicht scheint und ist, ich mag es wahnsinnig gern. Frage Nummer zwei. Erste Unterhaltung. Welcher Klappentext hat dir auf Anhieb gefallen? Und dafür halte ich Frederik Backmann. Und jeden Tag wird der Tag nach Hause länger und länger in die Kamera. Denn es ist so eine wunderbare Abendstimmung, finde ich. Aber so richtig aquarellig, verlaufend, zart. Und der Klappentext. Ich habe dieses Buch in die Hand genommen wegen Frederik Backmann. Ich kenne Ein Mann namens Owe, die anderen Bücher von ihm leider noch nicht. Und ich dachte mir, oh, das schaut total gut aus. Und das hat mich sofort angesprochen. Cover-mäßig. Und dann habe ich drauf geguckt, was hinten drauf steht. Und da steht eine kleine Geschichte mit einer großen Botschaft. Von San Francisco Chronicle. Und der richtige Klappentext heißt dann Und ich kann nur sagen, ich liebe diese Geschichte. So kurz sie vielleicht sein mag. Sie ist, ich finde sie wahnsinnig toll. Wie es hinten drauf steht. Und es hat mich einfach gekriegt, dieser Klappentext. Innen drin steht noch ein bisschen mehr. Auf der richtigen Klappe quasi. Und es ist, also es ist so ein schönes Rot. So ein schönes Rot. Auf der richtigen Klappe steht noch drauf, Opa und Noah sitzen zusammen auf einer Bank. Auf einem besonderen Platz. Umgeben von Dingen, die ihnen etwas bedeuten. Opas Arbeitstisch, die Höherzinten von Omas Garten. Noahs Stofftierdrachen, den er von Opa bekommen hat. Und Noahs Vater schaut auf dem Platz vorbei. Und Oma natürlich. Sie reden, sie lachen, sie schweigen. Mit jedem Tag wird der Platz ein bisschen kleiner und dämmeriger. Und mit jedem Tag wächst die Liebe. Vielleicht versteht der eine oder andere schon zwischen den Zeilen herauszuhören, worum es geht. Ich möchte es gar nicht weiter erläutern oder erklären. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Geschichte. Nicht zuletzt, weil sie mich verbindet mit meiner besten Freundin Lisa. Denn ich habe sie ihr per Sprachnachrichten vorgelesen. Und sie hatte somit quasi auch das Vergnügen, diese Geschichte kennenzulernen. Und es war für mich wahnsinnig toll, diese Geschichte zu lesen. Aber gleichzeitig sie auch vorzulesen. Denn ich finde, Vorlesen ist so ein wahnsinnig tolles Geschenk. Diese Geschichte eine Stimme zu geben. Mit dem tollen Klappentext. Dritte Frage. Nachrichten. Welches Buch hat einen großartigen Schreibstil? An dieser Stelle habe ich mich so wahnsinnig gefreut, dass Anja und Maike jeweils ein Buch hochgehalten haben, das sie mit mir gelesen haben, das ich gar nicht anders konnte. Also ich bin halb ausgerastet. Das heißt, Maike hat das Buch hochgehalten von Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Kiber oder Harry Qbert. Und hat davon geschwärmt. Und das kann ich alles unterschreiben. Auch den Schreibstil mochte ich unfassbar gerne. Denn diese Seiten, diese über 700 Seiten sind verflogen. Und das muss man erstmal schaffen. Und auch das Buch, das Anja hochgehalten hat in dem Video. Nämlich Töchter von Lucy Fricke. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nicht nur mit ihr zusammenzulesen, sondern eben auch generell das Buch. Weil der Schreibstil so toll ist. Und jedes Zitat, das Anja vorgelesen hat aus dem Buch, konnte ich quasi direkt mitsprechen. Weil es noch so eingebrannt war in meinem Kopf. Wir hatten uns darüber nämlich auch ausgetauscht. Über bestimmte Stellen und Zitate. Per Sprachnachricht damals. Und das ist schon fast ein ganzes Jahr her. Und dennoch konnte ich mich sehr, sehr gut daran zurückerinnern. Und das muss man erstmal schaffen. Das so sehr in den Kopf zu pflanzen. Es gibt natürlich noch ganz andere tolle Bücher und tolle Schreibstile. Nicht zuletzt auch Lieblingsautorinnen, die ich immer, immer wieder lese. Oder Lieblingsautorinnen. Ich möchte an dieser Stelle aber trotzdem ein Buch zeigen und nennen, das ich vor längerem, vor sehr viel längerem schon mal gezeigt habe. Auf meinem Kanal. Aber ich denke, das ist nicht mehr so bewusst. Das ist schon gut drei, vier Jahre her. Und ich möchte es aber trotzdem nochmal herausheben, weil ich es immer noch so gut finde. Obwohl ich es die ganze Zeit nicht nochmal gelesen habe. Und es ist trotzdem noch sehr vieles so sehr präsent. Sogar mit richtigen Bildern noch im Kopf. Also es ist noch mindestens die Hälfte des Filmes so exakt immer im Kopf, das ist grandios. Und das muss man auch erstmal schaffen. Ich rede von David Whitehouse. Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek. Es geht um den Bücherbus. Und zwar wird der gestohlen unter anderem von Bobby Nusku, das ist Hauptprotagonist hier in dem Buch, ein kleiner Junge. Zusammen mit einer Frau und deren Tochter. Oder ich muss mal eben gucken, die Namen, ob die hier drin stehen. Ja klar, Rosa und die Mutter Valerie. Und dann kommt natürlich noch Joe oder Joey, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Und allein dieser Name, Bobby Nusku, der ist nie aus meinem Kopf verschwunden. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich manchmal am Ende des Monats nicht mehr exakt weiß, wie die Protagonisten eines Buches hießen. Und ich fand dieses Buch total toll. Und hier bei diesem Buch weiß ich es nach Jahren noch, ohne dass ich vorher nachgucke. Logischerweise. Weiß ich nach Jahren noch, dass es Bobby Nusku ist. Und auch das muss man erst mal schaffen. Ich habe mir Zitate herausgeschrieben. Und da möchte ich euch ein paar nennen. Denn ja, für mich spricht es total für diesen Schreibstil von David Whitehouse. Deswegen habe ich auch ein neueres Buch von ihm bestellt, der Blumensammler. Bin schon sehr gespannt darauf. Und zwar Die Stimmgabel in seinem Herzen summte. Ein so simpler und schlichter Satz. Dennoch liebe ich ihn. Um eine Person zu vermissen, muss einem erst einmal auffallen, dass sie fort ist. Auch das, da steckt so viel Wahrheit drin, denn oft genug fällt einem das nicht mal auf. Und da das ja so ein zusammengewürfelter Haufen ist, passt dann folgender Satz auch sehr gut. Keiner von ihnen hatte das Gefühl jemals zuvor gekannt. Diese perfekte Choreografie einer Familie. Gibt es auch heute ziemlich häufig, habe ich den Eindruck. Immer mehr Patchwork und zusammengewürfelte Familien. Was gar nicht schlimm ist und was total schön sein kann und werden kann. Aber ja, viele kennen dann dieses Gefühl eben gar nicht. Mitten im Buch steht da noch, wenn es so etwas wie ein Happy End nicht gibt, dann lass die Geschichte jetzt zu Ende sein. Und auch das passt so perfekt. Ein kurzes Zitat noch. Familie, ein Puzzle aus Menschen. Auch das, glaube ich, trifft sehr gut auf die heutige Zeit, auf viele Familien zu. Und zwei längere Zitate noch. Er hatte Rosa das Buch in der Bibliothek vorgelesen, während sie sich an seiner Seite zusammengerollt hatte und immer dann einatmete, wenn er ausatmete. In umgekehrter, glückseliger Gleichzeitigkeit. Und noch ein ganz langes Zitat zum Schluss. Er trat in einen Prozess ein, der niemals enden würde. Trauer ist ein fester, unverrückbarer Punkt, von dem man sich allenfalls etwas weiter entfernen kann. Ein Punkt, der niemals wirklich verschwindet. Die Welt ist zu klein, als dass man sich weit genug von ihm fortbewegen könnte. Aber Minute um Minute, Kilometer um Kilometer, ließen sie ihn immer weiter hinter sich, bis er nur noch ein kleiner Fleck am Horizont war. Das Phänomen, dass man weg möchte, dass man raus möchte aus der aktuellen Situation, dass man auch jetzt wieder aus Corona-Krise, dass man auch Gefühle hinter sich lassen möchte. Das, finde ich, fängt David Whitehouse total gut ein. Und ich meine, das ist ja immerhin eine Übersetzung, deswegen wollte ich das an dieser Stelle genannt haben. Frage Nummer vier. Erstes Date. Welcher Auftakt Roman hat dir so gut gefallen, dass du die komplette Reihe lesen mochtest? Etwas schwieriger, da ich nicht so viele Reihen lese und habe und überhaupt. Ich habe jetzt einfach mal von einem meiner Lieblingsautoren, Matt Haig, das erste Buch genommen seiner Kinderweihnachtsbuchreihe, A Boy Called Christmas. Und möchte das zeigen, denn ich liebe es unfassbar. Es passt eigentlich auch zu Später kommt noch was anderes. Das schönste Cover. Genau. Welches Buchcover fühlt sich gut an? Das ist bei dem hier definitiv auch der Fall. Denn alles, was so ein bisschen glitzert, ist erhaben gemacht. Also haptisch total schön. Dann ist es natürlich innen drin wunderschön gestaltet. Und ich liebe einfach die Geschichte, den Humor von Matt Haig. Im Englischen, im Original einfach noch besser als im Deutschen. Obwohl Rufus Beck das deutsche Hörbuch spricht. Und es tut mir im Herzen weh, das zu sagen. Aber das englische Original ist einfach noch besser. Der Wortwitz, der hier drin steckt. Die Porn. Natürlich. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich werde es auch für immer lieben. Und dieses Buch ist schuld, dass ich die weiteren auch gelesen habe. Denn meines Wissens gibt es drei Stück davon. A Boy Called Christmas, The Girl Who Saved Christmas und Father Christmas and Me. Und diese drei Bücher kann ich nur jedem empfehlen. Die fünfte Frage. Pro und Contra. Was magst du an Büchern und was magst du nicht? Annie und Maike haben jeweils drei Punkte genannt. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich möchte mich hier ganz kurz fassen und halten. Ich kann nur sagen, an Büchern mag ich, dass sie einen so toll mit in eine andere Welt nehmen können. Und es muss gar nicht Fantasy sein. Und so viel vermitteln können und geben können. Ohne, dass man unbedingt die Erwartungen am Anfang hat. Und ohne, dass man jedes Mal ein ganz neuer Mensch ist. Aber so ein Stück weit eben doch. Und was ich nicht mag, ist, dass sie irgendwann zu Ende sind. Und natürlich auch, dass es von manchen Autoren für meinen Eindruck immer zu wenig Bücher geben wird. Weil die einfach noch mehr Seiten haben sollten, um Dinge auszudrücken. Noch mehr Geschichten, die ich lesen und entdecken möchte. Und um das auch noch mal kurz damit zu sagen, wie Anja es ausgedrückt hat. Sie hat gesagt, sie mag, sie liebt an Büchern unfassbar gern den Geruch. Kann ich auch total nachvollziehen. Ich bin auch eine, die immer erst mal in Büchern riecht. Und aber auch natürlich nicht nur den Geruch, sondern eben auch das Gefühl, dass Bücher vermitteln können. Und auch, wie sich Bücher überhaupt anfühlen. Also sowohl in der Hand, wenn man sie hält und liest, als auch dieses Anfühlen für einen Raum. Also, wenn ich irgendwo reinkomme und da sind Bücher, dann fühle ich mich direkt viel wohler. Als wären da ein paar nette Freunde, obwohl ich die Bücher gar nicht alle dafür kennen muss. Und es macht einen Raum für mich gleich viel gemütlicher und wohnlicher, wenn da Bücher sind. Die einladen, in ihn zu stöbern und reinzuschnuppern und reinzulesen. Die eine eigene Geschichte, eine eigene Welt hat. Und die könnte man entdecken. Und das ist total schön. Deswegen, ja, deswegen liebe ich vermutlich Bücher und deswegen lese ich. Nicht nur, aber unter anderem. Und das sind, ja, so meine Gründe dafür. Sechstens, Gute-Nacht-Telefonate. Welches Buch hast du in einer Nacht durchgelesen? Da ist mir spontan nur ein Buch in den Sinn gekommen. Und das besitze ich nicht mal mehr. Denn ich habe von Sebastian Fitzek sein erstes Buch, Die Therapie, habe ich in einem Rutsch gelesen. In einem Rutsch heißt, ich habe irgendwann nachmittags, abends angefangen und habe es dann wirklich gelesen, bis es zu Ende war, irgendwann mitten in der Nacht. Das waren so um die 300 oder 400 Seiten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es hat mir schon auch gut gefallen. Hat mich ja gepackt, sonst hätte ich es nicht in einem Rutsch gelesen. Allerdings, muss ich sagen, wusste ich, ich werde es nicht nochmal lesen. Deswegen habe ich es eben aussortiert. Passiert mit einigen Büchern, die mir ganz gut gefallen haben. Aber von denen ich sehr sicher bin, dass ich sie nie wieder lesen werde. Also werden sie dann aussortiert. Und es wird eher Platz geschaffen, Platz behalten. Oder die Bücher werden behalten. Und kriegen einen Platz, die ich sehr wahrscheinlich nochmal lesen möchte. Und somit, ja, quasi nochmal entdecken darf. Alle anderen Bücher, die dürfen dann weiterziehen. Siebtens. Ich denke nur an dich. Welches Buch geht dir nicht mehr aus dem Kopf? Ich halte nach oben Blackout. Es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe mich noch nicht weiter damit befasst. Aber ich werde es auf jeden Fall noch tun. Und mir genauer anschauen, was kann ich tun, um vorbereitet her zu sein. Zumindest, also zum aktuellen Zeitpunkt. Auch so etwas, was hier stattfindet. Nämlich ein totaler Blackout. Strom. Das Stromnetz. Die Stromversorgung bricht zusammen. Und wir erleben hier eine Möglichkeit, wie es vonstattenlaufen könnte. Und was da so passieren könnte. Ich habe, als ich dieses Buch schon vorgestellt habe, und davon erzählt habe, dass ich das gelesen habe und dass es eben 800 Seiten hat, habe ich die Nachricht bekommen von jemandem, der gemeint hat so, das klingt zwar echt richtig spannend, was du darüber erzählt hast und das Thema würde mich auch interessieren und so weiter, aber 800 Seiten lese ich nicht. Okay. Jemen natürlich seine eigene Entscheidung. Ich kann trotzdem nur nochmal davon schwärmen. Wir verfolgen hauptsächlich Manzano, einen italienischen Hacker, IT-Spezialisten, der sich so ein bisschen, ja, durchkämpft, ganz viel dafür tut, obwohl er immer wieder ins Visier, in Gefahr gerät, ganz viel dafür tut, dass das alles wieder funktioniert und nicht aufgibt. Und auch Verbündete trifft, zum Glück. Und ich glaube, da entstehen ganz viele tolle Sachen, Beziehungen, Geschichten, die auch nach Ende des Buches, nach Zugklappen, noch weiterlaufen können, könnten. Und das finde ich sehr schön. Und irgendwie hat es mich noch nicht so richtig losgelassen. Deswegen ist es nicht so positiv, aber ich denke noch dran. Und, ja, werde ich vermutlich auch noch eine ganze Weile. Allein schon, weil ich es einmal angefangen hatte, aussortiert, dann habe ich es empfohlen bekommen, ganz, 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 ganz heftig empfohlen bekommen und habe es dann eben nochmal gekauft und habe es jetzt ja eben doch gelesen. Deswegen irgendwie so ganz loslassen wird es mich vermutlich nicht. Achtens, körperliche Anziehung. Welches Buchcover fühlt sich gut an? Da habe ich mir mal zu diesem Buch hier gegriffen von Rachel Choice. Mr. Franks fabelhaftes Talent für Harmonie. Ich habe mehrere Bücher, die sich gut anfühlen. Wie gesagt, auch alle Bücher von Mithake, die englischen Kinderbuch-Weihnachtsgeschichten. Das hier hat die Schrift hier so erhaben, aber in glatt. Das mag ich total gerne, weil man eigentlich könnte man es entziffern. Man könnte es lesen, wenn man sich darauf konzentriert. Und auch diese Stühle hier sind erhaben und die Figuren. Und optisch finde ich es wunderschön mit den Noten. Denn ich glaube, das Cover, das Taschenbuchcover, finde ich nicht so schön. Hier ist auch nochmal oben die Schrift erhaben. Und es ist ein Hardcover. Ich liebe ja Hardcover-Bücher über alles. Also lese ich tausendmal lieber als ein Taschenbuch. Funktioniert nicht immer, aber wenn es geht, dann gerne, sehr, sehr gerne im Hardcover. Und dieses gefällt mir eben auch haptisch sehr gut. Obwohl es relativ glatt und unscheinbar erscheint. Aber manchmal mag ich es auch ganz so clean, so ein bisschen. Genau, das Gummierte mag ich nicht immer so an Büchern. Und, oh, das ist auch eine wunderschöne Farbe. Fällt mir da gerade auf. Und es riecht auch noch gut. Oh, es riecht nach einer, es riecht nach einer richtig guten Geschichte. So, die Eltern kennenlernen. Welches Buch würdest du jedem weiterempfehlen? Ich habe es gleich zweimal hier in unterschiedlicher Ausführung. Einmal die deutsche Fischer-Taschen-Bibliotheks-Ausgabe. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ich mag den kleinen Prinzen unglaublich gerne. Ich mag auch wahnsinnig gerne die, ich glaube, erste Lesung, sozusagen, erste Aufnahme von Ulrich Mühe. Ja, der leider schon von uns gegangen ist, schon ein Stern geworden ist. Aber, ich mag das total gerne. Und, ich mag auch die Gestaltung hier drin. Da ist auch so ein bisschen mit Illustrationen gearbeitet. Boah. Und das finde ich total schön. Und die Geschichte, die ist einfach jedes Mal wieder herzerwärmend. Und dann habe ich hier noch eine besondere Ausgabe. Und zwar ist die O Principitino. Oder so ähnlich zumindest. Ist auf Portugiesisch. Das hat hier ein schwarzes Cover, was ich auch ganz spannend finde. Und Illustrationen sind auch drin. Ich finde den unfassbar schön. Ja, als ich in Porto war, war ich eben auch in der Buchhandlung und habe dieses Buch gesehen und dachte mir so, wenn dann auf Portugiesisch. Ja, mit diesem Goldschnitt. Ich wusste nämlich nicht so richtig, was ich möchte aus der Buchhandlung. Und es gab auch deutsche Bücher, aber ich wollte sehr gerne eigentlich irgendwas, was mich sehr daran erinnert, dass es eben in Portugal war. Zehntens. Geschwister, Onkel und Tanten. Welches sind deine Lieblingsautoren? Wie immer kann ich mich nicht da auf ein... Ach, da steht sowieso Autoren, ne? Alles gut. Wie immer kann ich mich trotzdem nicht begrenzen. Deswegen habe ich jetzt mein Lieblingsbuch kommt gleich noch. Keine Sorge. Ich habe einfach mal, weil ich dieses Cover unfassbar schön finde, von Cecilia Ehren, inklusive Titel, Die Liebe deines Lebens. Wahnsinnig tolles Cover, wahnsinnig tolle Titel und auch natürlich ein tolles Buch. Cecilia Ehren, ich liebe zumindest all ihre blauen Bücher, die, die ich zumindest schon gelesen habe. Einige Geschichten fehlen auch noch, die ich noch nicht kenne, die neueren vor allem. Macht aber nichts, die werde ich noch entdecken. Und ja, sie wird immer diejenige sein, die mich so ein Stück weit zum Lesen so richtig nochmal hingebracht hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar und bleibt auf jeden Fall im Bücherschrank, Bücherregal und im Herzen. Dann den Quotenherrn in der Runde sozusagen, denn ich nenne vier Autoren, Autorinnen. Von mir take The Girl Who Saved Christmas. Einfach mal, um hier noch was in Rot zu zeigen, weil es passt so schön zum Hintergrund und meinem Kleid. Ich liebe seinen Humor und ich lese es am liebsten auf Englisch, im Original und die Illustrationen sind super, super toll von Chris Mould. Ich liebe es einfach. Und deutsche Autoren dürfen natürlich nicht fehlen, Autorinnen in dem Fall. Adriana Popescu, Paris, du und ich, ihr letztes Werk, mit dem sie mich begeistert hat. Also, das von mir zuletzt gelesene. Indem wir Emma und Vincent treffen und wir sind durch Paris. Also, ich bin durch Paris. Mit Lisa zusammen. Und wir beide sind zusammen mit Emma und Vincent durch Paris. Und wir haben Paris geliebt. Wir wollten sofort hin. Ging leider nicht. Ostern macht aber nichts. Wird irgendwann nachgeholt. Und Adriana kann es einfach. Sie kann Personen, Charaktere erschaffen. Sie kann Dialoge. Sie kann Orte einem so näher bringen, dass man sofort hin möchte. Egal in welchem Buch. Ich freue mich jedes Mal wieder. Einen Adriana Popescu zu lesen und zu lieben und mitzunehmen in mein Herz. Da ist noch ein bisschen Platz. Auch für die weiteren Bücher von ihr. Und zu guter Letzt. Natürlich nicht, dass das, das hat keine Reihenfolge gehabt. Keine Wertung, keine, ihr wisst schon, keine Priorität. Ihr, naja. Also das hat nichts auszusagen, dass sie jetzt zuletzt genannt wird. Anne Freitag. Den Mund vor ungesagter Dinge. Das Buch, mit dem sie meine Cousine absolut überzeugen konnte. Und dafür liebe ich sie. Und nicht nur dafür, sondern auch für jedes andere ihrer Bücher. Sie geschafft es für mich, Sätze zu erschaffen, bei denen ich glaube, ich möchte alle, ich möchte jeden Satz rausschreiben. Und unter anderem ist diese hier auch signiert. Wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar das Buch auf der Buchmesse. Da habe ich sie bei einem Gespräch gestört. Und dann hat sie gesagt, ja klar, kein Thema. Sie signiert mir das. Ich war so ganz baff und sprachlos. Und sie war so völlig entspannt. Und seitdem habe ich sie noch ein paar Mal gesehen, was sehr schön ist. Aber ja. Allein die ersten paar Sätze in dem Buch. Und vor mir das nichts. Es schüttet. Wasser fällt in Strömen aus dem Himmel und die harten Tropfen treffen wie Nadeln auf mein Gesicht. Ich renne. Ich renne so schnell, ich kann. Der Regen läuft über meine Arme und Beine und die Wimperntusche in meine Augen. Mehr möchte ich gar nicht lesen, obwohl ich direkt weiterlesen könnte und die restlichen fast 400 Seiten auch lesen könnte. Sie schafft es einfach. Sie schafft es, Sätze zu schreiben, bei denen ich genau weiß, was sie meint. Sie schafft es, Gerüche, Geräusche, Geschmäcker, Situationen so zu beschreiben in wenigen Worten, dass es so treffend ist. Und ich dachte, man könnte diese Gegebenheiten gar nicht so gut beschreiben. Und sie schafft es. Elftens, die Zukunft planen. Welches Buch, welche Reihe möchtest du in Zukunft unbedingt lesen? Ich möchte in Zukunft natürlich die Bücher lesen, auf die ich Lust habe, so ganz allgemein. Und ganz besonders freue ich mich im Juni, ja im Juni, auf Beth O'Larry's Time to Love und natürlich den neuen Anne Freitag, den ich bisher immer noch nicht gelesen habe, das Gegenteil von Hasen. Beides möchte ich zusammen mit meiner liebsten Lisa lesen. Und wir werden das uns ganz toll machen und werden diese beiden Bücher entdecken. Ich freue mich sehr darauf. Das wird ganz tolle Lesezeit werden. Zwölftens, die Heirat. Welches ist dein absolutes Lieblingsbuch? Ich kann nicht anders. Ich werde es immer tun, dieses schon fast schlimme Exemplar, weil Leserille und Aufkleber halb abgerissen. Ich werde es schon ein bisschen vergilbt. Ich werde es immer in Ehren halten. Und wenn ich mal eine neue Ausgabe habe oder wenn ich mal im besten Falle, habe ich mal eine Ausgabe, die von Cecilia Allen signiert wäre. Das wäre mein Traum. Ich habe nur eine andere Ausgabe, also ein anderes Buch von ihr, das signiert ist. Nämlich der Glaubenmummelsammler, weil ich mein Lieblingsbuch von ihr nicht dabei hatte. Ja, so ist es eben. Wir begleiten hier Alex und Rosie und quasi von Kindertagen an. Sie sind befreundet, sie gehen zu ihren Weg, es passieren so ganz viele verschiedene Dinge. Ja, das Schicksal führt sie immer mal wieder zusammen und immer wieder auseinander und sie haben mal Kontakt, mal mehr, mal weniger. Sie haben Freunde, von denen wir auch erfahren, Familie natürlich, von denen wir erfahren. Sie leben so alle, alle beide ihr eigenes Leben und sie standen auch schon mehrmals am Altar, aber jedes Mal auf der falschen Seite. Und ich liebe dieses Buch. Es ist erzählt in Briefen, in Chatverläufen, in, ich weiß gar nicht, was noch, in Mails, in all solchen Dingen, in kleinen Notizen. Es ist keine einzige richtige Dialog in dem Sinne. Natürlich werden Sachen nacherzählt, aber man ist eigentlich nicht direkt dabei und trotzdem fühlt man sich so die ganze Zeit und ich liebe es so, dass Cecilia Aaron das geschafft hat und das ist auch das Buch, das hat mich zum Lesen gebracht, so ein Stück weit. Das Buch, das hat mein Herz auch geöffnet für jegliche Romantik und für die Möglichkeit und für das Glauben an den, den Glauben? Für den Glauben an das Schicksal und für mich ein Buch, das einen Unterschied gemacht hat und das für mich auch für immer ein Stück weit Lieblingsbuch bleiben wird, egal wie viele Bücher ich sonst noch liebe, egal wie viele Bücher von Adriana Bupescu, wie viele Bücher von Anne Freitag, von Matt Haig, von John Green liebe ich natürlich, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich liebe noch so viel mehr Bücher und trotzdem kann ich nur das hier hochhalten. 13. Kinder. Welche Buchgenres liest du am liebsten? Reden ist jetzt langsam nicht mehr drin, aber ich versuche es noch. Buchgenre. Ganz, ganz schwierig. Jedes Mal, wenn ich gefragt werde, sage ich Roman, weil das stimmt irgendwie immer. Also Romane der unterschiedlichsten Art und Weise. Wie man bisher gesehen hat, viel auch Liebesromane. Zum Teil so ein bisschen in die Spannungsrichtung, ein bisschen in die Thriller-Richtung. Jeder, der meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß das auch. Ich lese aber auch ganz gerne mal ein Sachbuch, ein Fachbuch, vor allem in Richtung die Themen Gesundheit, über den Menschen, Medizin, Philosophie, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Achtsamkeit, Yoga. Diese Themen alle interessieren mich. Es gibt recht wenig, was mich nicht interessiert. Ich lese nicht so viel historisch, eigentlich fast gar nicht. Und ich lese auch nicht so viel Fantasy. Aber ansonsten lese ich ziemlich viel Horror jetzt auch nicht so sehr. Trotzdem kann man mich immer mal wieder mit Thriller und Sci-Fi und wie auch immer so ein bisschen begeistern. Vielleicht mir noch was ein, was ich nicht lese. Ja, also so richtig Erotik, Young Adult, New Adult, keine Ahnung, lese ich auch nicht so sehr. Wobei, mal gucken, was nicht ist, kann ja auch noch werden und wer weiß, was noch so kommt. Nummer 14, Der Tod. Bei welchem Buch hast du fürchterlich geweint? Auch das ist so eine Sache, wer mich kennt, der weiß auch, ich habe schon bei vielen Büchern geweint. Ihr könnt hier oben auch mal gucken, meine Dienstagsvlogs, die sind jetzt schon zwei Jahre her, aber da habe ich auch in den Videos geweint, wie man sieht, weil mich die Bücher so sehr ergriffen haben und das ist auch in Ordnung so. Also ich kann weinen jedes Mal wieder, wenn ich Das Schicksal ist der Mieser Verräter oder auch die englische Fassung, also The Fall in Our Stars lese, kann ich weinen. Bei sieben Minuten nach Mitternacht, bei ganz vielen von Anne Freitag oder Adreno Pesco Büchern. Ich kann weinen bei Sinda und Ella vor allem vor Freude. Ich kann bei so, so vielen Büchern, bei Cecilia Ahern, kann ich Tränen vergießen ohne Ende. Dennoch wollte ich jetzt ein Buch nennen, das habe ich auch schon länger nicht mehr genannt und das bleibt irgendwie auch für immer, für immer da in meinem Herzen. Von David Nichols Zwei an einem Tag. Das englische Original heißt, glaube ich, One Day. Unten drauf steht von Christine Westermann ein Zitat Eine herrliche Liebesgeschichte, das schönste Buch des Jahres. Es ist wahnsinnig schön. Es ist einfach wahnsinnig schön. Auch den Film dazu liebe ich mit Anne Hathaway. Gott, Namen und so heute. Fesseln klug und wunderbar zu lesen von Nick Hornby. Hinten drauf steht, es ist der 15. Juli 1988 und Emma und Dexter, beide 20, haben sich gerade bei der Abschlussfeier kennengelernt und die Nacht zusammen durchgemacht. Am nächsten Morgen gehen beide ihre Wege. Wo werden sie an genau diesem Tag ein Jahr später stehen und wohnen in 20 darauf folgenden Jahren. Werden sich die beiden, die einander niemals vergessen können, weiterhin immer gerade knapp verpassen. Und es ist herrlich, Em und Dex auf ihrem Weg zu begleiten. Es ist einfach herrlich. Ich liebe dieses Buch und ich möchte es unbedingt wieder lesen. Es hat auch so ein paar Seiten, über 500. Und so ganz aus dem Kopf geht es mir nicht und auch der Film nicht. Und deswegen, genau, ich weiß, ich habe sehr viel bei diesem Buch geweint. Und das ist in Ordnung. Das mag ich. Denn Bücher können und dürfen berühren. Aber trotzdem ist es was Besonderes für mich. Also ich muss jetzt nicht bei jedem Buch weinen und es muss nicht ein gutes Buch sein, damit ich weine. Meine Bücher mag ich auch nicht und ich weine trotzdem. Aber wenn es mich sehr berühren kann und sehr berührt, dann bleibt es auch so sein im Herz und ich kann mich daran erinnern und ich weiß noch, wie viel ich geweint habe. Und es ist unfassbar schön, dieses Buch. Und die Nummer 15, Nachruf. Was bedeuten Bücher für dich? Ja, vielleicht merkt man das, dass ich schon allein diesen Kanal mache, dass ich so davon schwärme, dass ich so viele Bücher habe, über die ich reden möchte, dass ich Bücher, Videos mache. Sie bedeuten mir sehr, sehr viel. Für mich sind Bücher diejenigen Begleiter im Leben, die eine Verbindung schaffen. Und zwar zwischen einem Schreiber und einem Leser und dann natürlich auch noch zwischen den Figuren, die da entstehen und die im Idealfall im Leser so ein Stück weit weiterleben und weiter getragen werden. und die Geschichten, die da erzählt werden, da geht es immer um Kontakt, da geht es immer um Beziehungen, da geht es immer um, wie funktioniert etwas. Auch Kommunikation ist ganz oft ein Thema, unterschwellig. Es liegt aber auch ganz oft so viel Liebe in der Luft und damit meine ich nicht nur die romantische Liebe, sondern durchaus auch die freundschaftliche oder die Liebe zu Gegenständen oder zu Musik oder zu was auch immer. und das liebe ich selber daran, dass es oft um das Thema Liebe geht. Abgesehen davon natürlich auch, ist es für mich etwas, das ich mir nicht mehr wegdenken kann und will aus meinem Leben. Ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel nicht mehr lesen könnte. Das ist für mich eine ganz schwierige Vorstellung aufgrund von einer Erkrankung zum Beispiel. Das kann ja unterschiedlichste Ursachen haben. Das finde ich ganz, ganz schwierig, muss ich gestehen. Also das ist am ehesten noch eine Angst von mir und dementsprechend, ich schätze es unglaublich, zu lesen, lesen zu können, lesen zu dürfen, so tolle Bücher zu haben und so tolle Bücher auch zu kennen schon. Und sie werden immer einen Platz in meinem Herzen haben, meine Lieblingsbücher, meine Lieblingsautoren, Autorinnen. Aber auch möchte ich immer sehr gerne Bücher verschenken, um anderen Leuten einen Teil, einen Teil von einer tollen Geschichte mitzugeben. Und Bücher können so viel bewirken in einem, dass ich einfach nur sagen kann, die können einen auch echt verändern. Zum Beispiel bei Dr. Joe Spensers ein neues Ich. Das kann auch wahnsinnig viel verändern. Und das ist unfassbar schön, was Bücher können. Und gleichzeitig müssen sie aber nichts können oder nichts erfüllen. Sie dürfen uns mitnehmen und sie dürfen uns berühren. Und das ist schon alleine ganz, ganz viel und ganz schön. Ich hoffe, ihr macht diesen Tag auch, denn ich habe jetzt niemanden, den ich explizit tagge. Ich weiß nicht so ganz genau, wer den schon gemacht hat. Schreibt mir sehr gerne, was denn euer Lieblingsbuch ist, eure Lieblingsautoren oder auch ein tolles Cover, das ihr in der letzten Zeit gesehen habt oder gekauft habt. Ich würde mich freuen, ein bisschen Austausch mit euch in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, lest gute Bücher und tschüss.